Wäre mega nett, wenn du bei meinem Kanal unten mal vorbeischaust und guckst, ob er geeignet ist oder eher nicht. Sorry für den langen Text, wollte das aber mal fragen. Ähm, ey, ich möchte jetzt bitte, 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 von vornherein hatet ihn nicht. Aber, Leute, also jetzt bitte keine einzige Person. Es ist jetzt einfach mal, Leute, meine Community soll nicht dafür bekannt sein, andere Leute zu haten. Aber. Moin, Leute, Happy Wheels ist wieder am Stizzle und das erste Level soll uns scheinbar entspannen, denn so heißt das Ganze und ist von Trator 3D. Hey, Palle, grüße bitte dener von einem Typen von seiner alten Schule, mir. Habe wegen ihm mit YouTube angefangen, aber das tut nichts zur Sache. Alright, alright. Hoffe, du kannst bei dem Level ein bisschen entspannen und deinen First Try machen. YouTube, Trator, 3D. So, dann schauen wir doch mal. Bitte dies alles im Level. Hier ein kurzer, ja, kurze Nachführungszeichen Anfangstext. Hey, Palle, dies ist ein kleines, idyllisches Level von mir. Entspanne schön und komm ein bisschen runter. Wie läuft's gerade so? Alles fit? Ja, ja, doch ein bisschen stressig immer noch am Vorproduzieren. PS, du hast ja mal gesagt, wenn du einen Kanal auf YouTube gut findest, dass du mit dem aufnimmst, egal wie viele Abos er hat. Quelle, Stream. Du sagtest, der Kanal braucht gute Qualitäten, so wie Banner, Intro, Profil, wäre mega nett, wenn du bei meinem Kanal unten mal vorbeischaust und guckst, ob er geeignet ist oder eher nicht. Sorry für den langen Text, wollte das aber mal fragen. Ähm, ey, ich möchte jetzt bitte, 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 bitte. Von vornherein, hatet ihn nicht. Aber, Leute, also jetzt bitte keine einzige Person. Es ist jetzt einfach mal, Leute, meine Community soll nicht dafür bekannt sein, andere Leute zu haten. Aber, bitte unterlasst doch sowas in einem Let's Play und Refi schreit gerade im Hintergrund, keine Ahnung, ob man das gehört hat. Leute, bitte benutzt Happy Wheels nicht dafür, denn sowas, solche Sachen, äh, solche Channels findet man eher spontan und nicht, weil irgendjemand, äh, ja, so einen Text schreibt. Ich geh mal davon aus, dass wir jetzt hier runterspringen müssen und das macht einfach keinen, keinen guten Eindruck. Dementsprechend, also nochmal zum, zum dritten Mal, bitte, hatet nicht. Ich möchte da wirklich keinen einzigen Kommentar sehen, der da in irgendeiner Weise schreibt, äh, Werbung, bla, bla, bla. Es ist nicht cool, das weiß er jetzt, das habe ich ihm gesagt und damit sollte sich die Sache auch gegessen haben. Und, war es entspannend, war es gut? Wenn ja, kannst du ja vielleicht meinen... Ach, Bro, äh, das ist aber auch dreist, ey. So, Paluten21, Ergebnis von der Typ von nebenan. Den kennen wir ja schon, ne, ein paar mal ganz gute Level eingereicht. Hi, Palle. Kannst du dich noch an ein altes Level von mir erinnern, wo ich mich gefragt habe, wie du beim Kacken aussiehst? Das ist das Ergebnis. Bitte nimm dieses Level nicht so ernst, es ist nur ein kleiner Spaß. Alles gut bei dir? Ich habe ja gesagt, dass wir solche Level nicht spielen werden. Aber verdammt, jetzt bin ich auch ein bisschen neugierig. Aber ich muss eigentlich die, ich muss einfach straight... Er hat wirklich so ein, ey, das wird ein abstruses Level sein. Dementsprechend machen wir einfach mal weiter. Ja, ich meine, die Leute können sich das ja immer noch selber angucken, aber ich möchte einfach sowas nicht. So Pipi-Kacka-Humor. Ich meine, ich bin ja auch manchmal kindisch und manchmal in manchen Let's Plays oder so bei jemand anders kann ich ja darüber auch lachen. Aber dann ist es auf einem anderen Kanal. Und ich meine, ich bin nicht 24-7-Griesgrümiger, der über sowas nicht lachen kann. Ich kann auch mal über Pipi-Kacka-Humor lachen, um Gottes Willen. Aber ich möchte sowas eben nicht zur Gewohnheit werden lassen. Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte eben nicht als Let's Player dafür bekannt sein, irgendwie sowas abzufeiern, etc. Verständlich? So, ein bisschen ernst heute, das Let's Play. Was ist denn da los? So, erstes Level von Ahmet269. Hi, Paluten und André. Ich hoffe, euch gefällt mein Level. Dies ist mein erstes Level. Paluten, viel Glück. Scroll runter. PS. Hallo. So, dann schauen wir doch mal. Ich hoffe, es gehört... Okay, leicht und manche Sachen sind schwer. Moment mal, das hatten wir doch schon mal. Das mit diesen manchen Stellen sind leicht, manche Sachen sind schwer. Denn die Happy Wheels-Seite, genau, das kennen wir auf jeden Fall schon. Das kennen wir ja, dementsprechend können wir da gleich weitergehen. So, Paluten-Escaper von Maymar. Heyo, Paluten, hier mal wieder ein Level von mir. Ich hoffe, du hast Spaß. Grüß bitte die Klasse 7c aus Bonn. Schöne Grüße aus Bonn. Hallo. Der ist ja noch dran. So, weißt du, Köln, Bonn. Die teilen sich doch sogar im Flughafen. So, dann, wie gesagt, schöne Grüße an die Klasse 7c aus Bonn. Ich denke, es wird mehrere 7cs aus Bonn geben. Aber egal. Ich hoffe, die Leute wissen, wer gemeint ist. Und, äh, au, okay, ich muss die Box nur, nur es. Das war jetzt aber nicht so nett. So, warte. Au, nein. Bitte? Bitte? Oh, oh, ich bin richtig... Nein. Und jetzt aber. Verdammt. Yes. Und ich höre, dass es draußen gerade richtig Rage skaliert mit dem Regen. Ich habe zwar hier so einen Vorhang jetzt vor. Ähm. Und da weiß ich manchmal gar nicht, ob es hell oder dunkel draußen ist. Das Einzige, was mir jetzt sagt, ich nehme das Video gerade um 14 Uhr auf. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es hell ist. Ich kann es aber nicht hundertprozentig sagen. So. Paluten Family von Schalker 04. Elo. Oder Eol. Oder ist es ein C? Alter, ich kann es hier gerade gar nicht sehen. Hä? Ich muss auch sagen, dass mein Monitor, obwohl er relativ neu ist, langsam, glaube ich, den Geist aufgibt. Weil der manchmal hat er so ein... Es ist ein bisschen verschwommen. Ich meine, ich weiß, ich brauche eine Brille, aber das ist nicht mehr normal. Weil ich... Hi, Palle. Das ist mein erstes Level. Weil ab hier unten kann man das einigermaßen lesen. Aber... Achso, ihr seht ja die Maus nicht. Aber ihr seht das so ein bisschen hier angedeutet. So. Auf jeden Fall. Was labere ich eigentlich wieder für eine Kacke? Wir wollen jetzt hier ein bisschen spielen, ein bisschen Spaß haben. Das ist mein erstes Level und ich wollte einfach mal eins mit der Familie machen. Da das sonst so weniger machen. Es ist zwar kurz geworden, aber ich hoffe, es gewählt ihr trotzdem. Da bin ich gespannt, Bro. We are family. We got all our sisters with me. Irgendwie so geht der Song, glaube ich. Oh, ich glaube, ich bin zu weit geflogen. So, ein bisschen, ein bisschen... Oh, wie heißt das nochmal? Hier gab es nicht auch so eine richtig trashige ProSieben-Serie wie We are family? Das ist auch so wieder so ein... Oh, Alter, so ein Fake-Kram. Also so mit gecasteten Leuten. Okay. Oh, oh, what? What? Äh, Madame? Könntest du mir gerade mal sagen, äh, weshalb gerade dein Kopf exploded ist? Komm, überlebe. Jawohl. Guck mal! Unsere Tochter, die lebt noch. What? Was ist hier los? Da musste ich kurz... Oh, snap. Oh, guckt euch das an. Zack. Bitte lebe. Bitte lebe. Jetzt komm, fahr zum Ziel. Hä? Okay, jetzt... Ach, es geht tatsächlich hier noch weiter. Okay, da ist jemand, der gerade sein Geschäft verrichtet. Verdammte Kiste. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso, es stirbt mir denn die ganze Zeit? Das ist doch jetzt hier wirklich... Wir sind doch hier nicht bei... Oh, Alter. Das geht hier aber auch immer völlig bananas. So, warte mal jetzt. Ich weiß ja, dass wir jetzt hier gleich runtergehen. Zack. Ich mach das kaputt. Jetzt muss ich nur hier vorne ran und dann fällt das hier runter. So, das wissen wir. Zack. Und diesmal fahr ich hier aber ein bisschen längs. So, jetzt gibt es hier einen kleinen Bottle Run. Mit ein bisschen And-and-Ass. Oh, oh. Bitte. Nein, nein. Er hat den Angle von den Dingern nicht eingestellt. Aber egal. Wir snacken trotzdem deinen Victory. So, Palutenfarbenfro. Oh, von Craigie? Moment mal. Ist es der richtige Craigie? Ich hoffe doch. Hi, Palle. Würde den Rollstuhltyp nehmen wegen dem Looping? Bitte grüß doch mal Jan und Raphael. Schöne Grüße an Jan und Raphael. Ansonsten viel Spaß. Und Grüße aus der Schweiz. Okay, das muss Craigie sein. Es gibt noch einen Craigie aus der Schweiz. Aber das glaube ich nicht. Machst du mal ein Horror-Let's Play? Oh ja, Schleckmann, schreibt er noch. Hallo. Ja, ein Horror-Let's Play. Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, was so Horror-Games angeht. Ähm. Ich hasse Horror-Games. Ich erschreck mich da wirklich zu Tode. Und es macht dann auch gar keinen Spaß. Es ist einfach nur purer, pure Anspannung, purer Horror. Jemand meinte auch mal, ich soll dieses, ähm, Eight Nights of Freddy oder so. Das hat ja PewDiePie und ganz, ganz viele Leute schon. Ey, dabei sterbe ich. For realsies. Dann kriege ich einen Herzinfarkt oder so. So, ich guck mal, wie ich jetzt hier gut durch... Wow. Läuft bei mir. Komm schon, gib mir den Victory. Oh yeah. Na komm. Oh, hier ist es mit dem Looping. Das ist aber kein Problem. Ja. Okay, jetzt. Verzackt. Okay, ich muss... Hä? Ich muss 13 Coins eins... What the? Okay, wie soll ich denn die 13 Coins... Lopps. Ich werde hier irgendwie jedes Mal hochgeschauen. So. Scusi. Okay, läuft bei mir. Oh oh. Was ist denn die? Bist du Soldat? Please? Please? Nein. Äh? Oh oh. Nein. Oh man. Ach komm. Bitte. So, warte, 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 warte. Elegant. Nein. Jo, jo. Warte, warte, warte. Hä? Ich kann da doch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jawohl. Hä? Ich werde da wieder zurückkatapultiert? So, bitte. Bitte, danke. Hä? Ich... Ich... Das Ding ist doch in die richtige Richtung eingestellt. Aber ich... Na, ich schieße mich da meistens immer so komisch. Jetzt aber. Ich kriege zu wenig Speed. Scotty. Scotty mehr Speed. Nein. Verdammt. Ich komme gegen das hier nicht hin. Bitte. Bitte. Hä? Ja, toll. Die... Das eine Ding bremst mich hier. Da sehen wir doch. Stimmt, das schießt einen immer wieder nach unten. Toll. Jetzt bin ich hier aber in so einer... In der Todesschleife gefangen. Ich müsste einmal... Ja, toll. Warte, jetzt. Ich kriege das nicht hin, Leute. Es ist... Es tut mir leid, Kriegel. Aber weißt du, ich spiele in euren Regeln. Denn... Toll. Warte, jetzt bin ich aber am Anfang. Jetzt. Jawohl. Jawohl. Es tut mir leid, aber der Rage kaliert hier völlig. Wir machen aber mal weiter. War aber ein gutes Level. Aber das Ende fand ich halt ziemlich, ziemlich schwer. So, First Level von Schmandi. Hi, Pala. Das ist mein erstes Level. Ich habe es zwar schon mal eingereicht, da hast du es aber nicht gespielt. Ich hoffe, du hast... Ich hoffe, es gefällt dir und bewerte es bitte streng, damit ich mich verbessern kann. Liebe Grüße, Lukas und... Okay, er hat ein Stern. Okay. Was? Wieso bin ich denn da in der Mitte durchgebrochen? Ist er... Okay, ich glaube, das ist nicht der Sinn der Sache. Kommt er jetzt nochmal von... Hallo? Da ist er wieder. Oh, das wird nur... Das wird nur... Oh, snap. Das war so klar. Warte mal. Ich werde jetzt einfach... Damit ich hier nicht zu viel Speed bekomme. Einfach an der Seite. Zack. So muss man das machen. Patz. Ihr könnt mir gar nichts, Mann. Okay. Nein. Nein, ihr blöde Min. Geh weg. Verdammt. Okay, warte mal. Ich fahre wieder hier. Weil das ist relativ vielversprechend. Wenn man hier... Okay. Da hat sich Gott sei Dank nichts gebrochen. So, warte mal. Ihr macht mir ein bisschen Sorgen. Nein, lass mich in Ruhe. Schnell nach oben. Bim me up, Scotty. Okay. So, nach oben. Oh, da waren... Ey. Hat der Schlewiner da oben Minen platziert? Ja, so ein... Oh Gott. Nein. Und wer... Bitte. Er darf sich nicht nach vorne lehnen. Nicht nach vorne. Nicht nach vorne. Jawohl. So, jetzt komm. Jetzt hier ist der Victory. Was? Oh, Trollolol. So. Jetzt kommen... Jetzt kann meinetwegen... Ah, jetzt kommt noch mal sonst schon einigens. Du willst mich doch verkackeiern. Du willst mich... Nein. Verdammt. Okay, das mache ich nicht nochmal. Wieso hast du... Das wäre das perfekte Ende gewesen, hättest du da in den Victory reingekloppt, ey. Das wäre mega gewesen. So, Paluten 21st Level von Felix. Ich habe zu circa drei Stunden mit diesem... Achso, mit Kopfschmerzen an diesem Level gesessen. Aber das ist nun mal meine Schuld und deshalb keine Ausrede. Ich hoffe, es gefällt dir und soll ich mehr machen? Schauen wir mal. Hallo Paluten. Ich habe ein bisschen gesitzt an der Level. Okay, nein, Spaß beiseite. Ich hoffe, es gefällt dir. Wenn ja, dann sag mir doch bitte, was ich verbessern kann oder soll oder unbedingt muss. Liebe Grüße Felix. Ach ja, und weh, du benutzt links rechts. Ich schwöre dich, gucke jedes Video von dir und kann sehen, ob du dich dran hältst. Viel Spaß mit dem Level. Oh, okay, da habe ich jetzt ein bisschen Angst. Weißt du? Okay, was? Ähm, fühlst du dich sicher? Ich fange gerade erst an. Achso, oh, ein bisschen Freeze. Okay. Ja, aber hier muss ich ja ein bisschen links rechts machen, sonst komme ich hier ja nicht rüber. Guck mal, ich mache jetzt eine kleine Drehung. Okay. Oh, oh. Was, ich muss auf die... Oh. Ja, ich meine, sonst komme ich hier ja nicht hoch ohne links rechts Takte. Verdammt, jetzt bin ich tot. Das war natürlich nicht so. Oh. Oh, warte. Warte mal, ich mache dann einfach meine Blub-Taktik. Warte. Blub. Tada. Oh, oh, oh. Oh, Snapper. Da hat es kurzzeitig mal ein bisschen Timmy zerrissen. So. Einfach ein bisschen nach oben. Ich hoffe, ich mache gerade keine links rechts Taktik. Okay. Oh Gott. Alter, what the... Was ist denn hier los? Und jetzt weiß ich... Was? Und jetzt, weil ich dich doch so doll geärgert habe, noch ein schöner Bottle Run. Okay, Bottle Run finde ich gut. Die kriege ich auch hin. Da bin ich eigentlich... Eigentlich kann ich Bottle Run meistens. Oh, nicht verkacken. Oh, ich weiß leider nicht, was er stand. Oh Gott, meine Nase juckt. Oh. Hey, der Witzker, Leute. Und mit diesem Nieser und diesem Level soll es das für heute gewesen sein. Nicht, dass P-Dizzle noch krank wird. Oh, das war ein bisschen blöd. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine kleine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye. Wie heißt das nochmal? Happy Weans? Ich glaube schon. Ich glaube, so heißt dieses Game. Haut rein. Ciao. Ciao.